Musik 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 Geil Aber ich mag die Karre auch, also Die ist auch nicht schlecht, ja? Das ist Deине Musik Musik MAP Radio Back to kann man ein bisschen hier haben wir das Wiki Mobile Tuner kann man sein Auto währenddessen tunen sagt mir nicht dass das geht nein wie cool man kann sein Auto einfach durchs Handy tunen das ist ja richtig geil das feier ich gerade Crew Rooster haben wir da jemanden am Start der UNDER! ODE! Driver ID der ist ja cool der Ordner ist am Stüssel, der hat wohl auch einen Beta Key ist ja cool jetzt wollen wir uns aber dem nächsten Rennen widmen und das nächste Rennen ist wo? ey Kollege das muss nicht sein Mann ich kurz die Karte schauen wir sind in Detroit immer noch da ist ein nächstes Rennen und da was ist das? ah ich glaube ich weiß schon was das ist wir setzen uns einen Wegpunkt dahin ich glaube man kann nur fast travel wenn man diesen Ort bereits aufgedeckt hat wenn ich da richtig liege wo Leute Achtung ey passt auf, passt auf, passt auf, wir machen jetzt was wir machen jetzt was so jawoll 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 und jawoll yeah jawoll so jetzt lass mal dahin cruisen ich glaube das ist ein Takedown Rennen wollen wir das Fast Ding da mitnehmen? ja komm nehmen wir mal schnell dieses Fast Rennen da mit was muss man da machen? ja okay gut da kann ich eigentlich fast nicht mehr weil ich kann nicht schneller fahren als meine Karre ist ne und ja Kollegen ne wenn ich da jetzt hier nur Bronze krieg dann tut's mir leid aber Bronze haben wir schon mal 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 Silver haben wir schon mal komm 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 Gold haben wir jawoll jetzt haben wir sie doch gewonnen jawoll das war ziemlich cool eigentlich und jetzt merkt ihr auch so langsam wird's besser jetzt crasht er nicht mehr in jeden Pfosten rein Auto Equip, oh das ist echt yo da wird man nochmal schnell zurückgesetzt ey hui aber jawoll jetzt haben wir uns ein geiles Part verdient einen geilen Ausrüstungsgegenstand also es gefällt mir bis jetzt echt ich find's schon echt cool ich muss sagen es macht mir hier grad echt Spaß und ich denk mal dem Daniel wird's dann auch richtig gefallen Yo Troy okay wir müssen jetzt einen Big Ass Truck auseinandernehmen das heißt ich glaube es wird sowas wie Takedown ja das hab ich nämlich auch schon gesehen in dem Trailer Jump into the Landing Zone sorry kann ich grad nicht machen ne sorry muss ich grade muss ich grade abbrechen ne 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 tut mir leid tut mir leid kann ich grade nicht machen kann ich grade nicht ich glaub ich hätt's mitnehmen können egal das hab ich nicht gewusst ist nicht so schlimm wir kommen ja später wieder die kann man ja immer machen denke ich ja ich glaub die sind ja solche Fast Actions die sind ja überall am Start die kann man ja immer wieder machen und hier sieht man auch wir sind jetzt in einer schönen ländlichen Gegend sieht doch toll aus geil so Freunde ein bisschen Nutsch leider ist keiner drin deswegen spielen wir wieder Solo Take down the RAID Truck jawoll wir taken jetzt down den RAID Truck ticket left you a Raid Speck off road vehicle for this job get in you see him yet yeah yeah I see him Gut, jetzt mess ihn ab! Geh ihn schnell runter! Was ist der Geist? Hops sollte in der Geist. Diesen kinder Job ist es besser, nicht zu stehen. Du fühlst mich? Ja! Und wir sind schon nah an ihn dran. Er hat gesagt, wir können uns schön ausnutzen, dieser Wagen verträgt das alles. Boah! Er ist hier durchs Wasser. Ich bleib an dir dran, Kollege, ich bleib an dir dran. Du entkommst mir nicht einfach so. So, ich hab mal ganz klein heimlich die Untertitel eingestellt. Ja, sieht doch super aus! Ist neu! So, aber hier geht's über die Sandhügel. Schon geil auf jeden Fall. Ist was ganz anderes als die ganzen normalen Rennspiele. Boah, was ist denn das? Für ein fettes Geräusch. Yo, ein Flugzeug einfach mal! So, Kollege, komm! Komm! Ja, komm! Du kannst es ziehen, Alter! Du kannst es ziehen! Wo ist er denn? Da ist er! Na komm her! Komm her! Komm her! Wir kriegen dich! Komm her, Kollege! 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 Yo! Und er hat Nitro! Und er hat einfach Nitro! Ja, toll! Ich glaube, ich hätte ihn in so einer Kurve downtaken müssen. Ist echt, ist echt was Neues. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber jetzt hier, komm! Komm jetzt hier! Ja! Nein! Ganz knapp! Boah, war das knapp! Da ist er, da hinten! Eine Minute haben wir noch! Ja, klar! Kriegen wir! Kriegen wir schon noch! Keine Sorge! Kriegen wir! Kriegen wir! Oh nein! Schon wieder ganz knapp! Verdammt! Jetzt fährt er da raus! Jetzt fährt er da raus! Komm, komm! Ich muss ihn jetzt einmal... Ich muss ihn jetzt mal breaken, Alter! Ich muss ihn jetzt mal breaken! Komm schon! Das eine Mal, das hätte ich noch nehmen können! Mann! Komm jetzt! Kollege, du bist am Ende! Kollege! Kollege! Jawoll! Und da ist er weg! Mission complete! Ja, ich war wieder zu langsam! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Das ist mein erster Tag! Ich habe jetzt alles heute aufgenommen! Weil, wie gesagt, der Daniel ist ja noch nicht da! Deswegen, ich denke mal, morgen wird es dann auch besser sein! Aber ich muss mich jetzt hier erstmal komplett reinfinden! Das ist was ganz Neues für mich! Es ist übrigens auch meine erste Beta, wo ich mitspiel! Ähm, deswegen finde ich das ziemlich cool auf jeden Fall! Und es macht auf jeden Fall Spaß! Wir sind fertig! Nice! Nice! Ja, ich würde mal sagen... Ja, komm! Komm, in der Folge kriegen wir das noch hin! Äh, wie kann man das nochmal machen? Hier, zack! Minimap! Ja! Jetzt mal jetzt schaffen wir das einfach in der Folge noch! Was ist denn das? Ah, die Trade Station! Können wir mit der U-Bahn fahren! Wir machen mal kurz ein Fast Travel! Zack! Und dann sind wir jetzt einfach dahin geportet worden! Ohne Ladezeiten! Das haben sie groß angekündigt! Das haben sie groß angekündigt! Das Problem ist, die Leute haben zu viel gewinnen! Weißt du was? So! So! Eine machen wir noch! Und dann denke ich mal... War's das auch mit der Folge wieder! Jo! Wir sind jetzt hier am Habe! Am Hafen hier! Oh ja! Alter! Ich liebe diese Karin Nissan Skyline GT! Okay! Gut! Ich liebe alle Autos aber trotzdem! Yeah! Lass die fertig machen, die Freunde! Brumm brumm und so! Winn die Dirt Race! Jawoll! Das ist jetzt ein Dirt Race! Die Karin rutschen ein bisschen mehr und wir sind schon erster! Geil! 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 Komm! Komm! Was willst du? Was willst du denn? Jo! Alter! Ja! Ich verstehe das! Mit denen habe ich nur eine Rechnung offen gehabt! Kein Problem! Das war... Okay! Okay! So! Wir können hier nach Abkürzungen Ausschau halten! Die es hier angeblich gibt! Mal schauen, ob wir welche finden! Okay! Man muss auch aufpassen, dass man nicht in so ein Ding reincrasht! Und da ist doch gleich eine! Jawoll! Eine kleine Abkürzung! Freunde! Habe ich was verpasst? Jawoll! Ich stay in first, Freunde! Ja! Kollege! Du kommst an mir nicht vorbei! Komm! Was willst denn du? Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Okay! Den Jump haben wir jetzt verpasst! Yo! Genau! Genau! Das war scheiße! Das war einfach nur scheiße! Ach komm schon, ey! Ich erzähle dir jetzt! Es ist besser jetzt nicht los! Es ist besser jetzt los! Es ist besser los! Es ist besser los! Es ist besser los! Schreit mir hier das Ohr voll, ey! Oh oh! Oh oh! Wird mal einmal von dem Ding gesnackt! Komm! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Lass den Checkpoint! Jawoll! Und jetzt fahren wir drauf zu! Komm, komm! Keiner kommt vorbei! Keiner kommt vorbei! Ihr Lappen! Jawoll! So sieht das aus wenn ihr mit JP drivet! Alter! Mission complete! Ich verlasse meine Karren immer so geil, vor allem vorne. Wir haben wieder einen Punkt bekommen, einen Perkpunkt. Und wir haben ein Level abgelevelt zu Level 4. Leider wieder eine Bronze, aber komm. Rein damit. Achso, Impact. Ah, das würde schlechter sein. Ah, sind Part 2 Headquarter. Das heißt, dann lassen sie es auch nicht einbauen. Das ist cool gemacht, dass man nicht aus Versehen dann, ja, bau ein, ne, und... Ja, das ist cool gemacht, das finde ich cool. Natürlich, wir haben immer Work to do, Alter. Hey, Alex, was ist das Update? Troi hat mich nach dem Ort über dem Platz gerufen. Gut. Je mehr du machst, je mehr er dir vertraut, je mehr du bist, je mehr du bist zu deinem 510-Ink. Bleib an. Natürlich stehen wir on it, aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, das hat mir wieder Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich freue mich über jede positive Bewertung und jeden netten Kommentar, den ihr mir da lasst. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut, liebe Racing-Freunde. Filme, 3, 2, 1, und Peace. Das ist die Wiese. Das ist die Wiese. Das ist die Wiese. Das ist die Wiese. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.